Hallo zusammen, ich bin Jannis Niewöner. Ich spiele den Simon in dem Film So auf Erden, der auf dem Münchner Filmfest läuft, was mich wahnsinnig freut. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt. Es war ein Film, der in jeglicher Hinsicht richtig war für mich. Der hat ganz viel Neues für mich bedeutet. Es war eine Abwechslung auch zu den Filmen, die ich davor gemacht habe. Nochmal was ganz anderes und für solche Projekte hatten dann ja immer eine besondere Energie, weil man es vielleicht lange nicht mehr oder auch noch nie so in der Form gemacht hat. Das hat sich bei diesem Film für mich alleine wegen der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, also mit Edgar Selge, Franziska Weiser, Anton Spieker und vielen anderen gelohnt, weil ich so viel beobachten und lernen durfte. Ich hatte eine ganz tolle Zusammenarbeit in der Regie, weil man wirklich, ja, das wird immer wieder gesagt, Vertrauen und Freiheit hatte. Und manchmal klingt es so dahergesagt, weil man das so oft hört, aber man kann es nicht anders beschreiben, weil das war der Fall bei diesem Film. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Und ich hoffe, wir sehen uns alle in München. Es sind noch zwei bis drei Wochen, die gehen schnell rum. Und ich zähle jetzt die Minuten. Bis bald. Bis bald. Bis bald.